Sadhguru, was ist nun damit, wenn Leute sagen, dass wir von Gott erschaffen wurden? Schau, offensichtlich hast du dich nicht selber erschaffen, das ist sicher. Unsere Vorstellungen von Gott können von Kultur zu Kultur variieren. Verschiedene Menschen auf der ganzen Welt haben unterschiedliche Vorstellungen davon, verschiedene Glaubenssätze darüber. Aber warum wir auf diese Vorstellung gekommen sind, ist dies. Wir alle krochen aus dem Mutterleib, und man sieht ein neugeborenes Kind, wie es schaut. Es fragt, wer, was zum Teufel ist das alles hier? So viel Schöpfung. Siehst du Fragezeichen in seinen Augen? Was, 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 was? So viel. Wer hat all das getan? Offensichtlich schaut es zuerst seine Mutter an. Nun, die Mutter hat dich zur Welt gebracht, aber sie kann nicht den Planeten zur Welt bringen. Dann schaust du deinen Vater an. Nun, offensichtlich kann er das alles nicht machen. Dann hast du jeden anderen Erwachsenen um dich angeschaut. Niemand scheint fähig zu sein, all das zu tun. Als Menschen sagen wir dann, es gibt einen großen Menschen, der da oben sitzt. Er macht das alles. Es tut mir leid, meine Damen, er ist ein Mann. Weil wir menschlich sind, denken wir, dass ein großer Mensch da oben ist. Aber es ist eine Tatsache, dass wir das nicht geschaffen haben, nicht wahr? Weder dies noch dies. Wir haben das nicht geschaffen. Wir haben darin herumgepfuscht. Wir haben darin herumgepfuscht. Wir haben es durcheinander gebracht. Aber wir haben es ganz sicher nicht geschaffen. Also brauchen wir eine Erklärung. Dies ist eine Wahl, die du hast. Brauchst du eine Erklärung oder bist du bereit zu erforschen? Wenn du erforscht, wirst du zu einer Art Situation in dir selbst kommen. Wenn du dahin kommst, mit einer Erklärung übereinzustimmen, die dir jemand gibt, ist die einzige Wahl, sie entweder zu glauben oder sie nicht zu glauben. Wenn du sie glaubst, wirst du selbstsicher werden. Es wird keine Klarheit bringen. Es wird dir Selbstsicherheit bringen. Wenn du es nicht glaubst, wirst du verwirrt sein. Wenn du freudig verwirrt bist, ist es ganz wunderbar. Aber die meisten Menschen wissen nicht, wie sie ihre Verwirrung freudig handhaben. Wenn sie verwirrt werden, machen sie sich unglücklich. Aber das Schönste an menschlicher Intelligenz ist, das, was du nicht weißt, anzuerkennen als das, was du nicht weißt. Alles, was du nicht weißt, glaubst du. Das ist ein ernstes Problem. Wir haben uns gegenseitig schreckliche Dinge angetan. Einfach, weil ich dies glaube, du das glaubst. Und wir fahren fort, es auch jetzt noch zu tun, nicht wahr? Überall auf der Welt. Weil ich an eine Sache glaube und du an etwas anderes, jetzt, wenn ich dich leben lasse, wird mein Glaube leiden. Am besten ist, du bist tot. Ja, weil du glaubst, dass etwas anderes die Wahrheit ist und ich glaube, dass etwas anderes die Wahrheit ist. Nun können wir beide nicht an einem Ort leben. Wir können für einige Zeit so tun, als ob. Wenn es zu echten Problemen kommt, können wir nicht an einem Ort sein. Warum ist es so schwierig? Wenn du wirklich eine funktionierende Intelligenz hast, musst du in der Lage sein, was ich nicht weiss, anzusehen als was ich nicht weiss, oder? Ist es nicht sehr menschlich und sehr wunderbar einzusehen? Was ich nicht weiss, weiss ich nicht. Was ist das große Problem daran? Wenn du einsiehst, ich weiss nicht, ist ich weiss nicht eine immense Möglichkeit. Nur wenn du einsiehst, ich weiss nicht, wird die Möglichkeit des Wissens eine Realität. Wenn du einsiehst, ich weiss nicht, wird die Sehnsucht zu wissen, das Streben zu wissen und die Möglichkeit des Wissens zu einer lebendigen Realität. Alles, was du nicht weiss, glaubst du. Du musst ausschließlich unter deinesgleichen sein. Wenn du mit einer anderen Art von Menschen zusammen bist, sollten entweder sie nicht existieren oder du solltest nicht existieren. Das ist alles, wozu es führen wird. Das ist also etwas, wohin wir gelangen müssen. Weil die menschliche Intelligenz am besten ist, wenn sie nicht weiss. Wenn ich nur denke, ich weiss, werde ich dumm werden, weil ich meine Schlussfolgerungen über alles habe. Wenn ich einsiehe, ich weiss nicht, ist die Intelligenz voll da, nicht wahr? Möchtest du deine Intelligenz in einem arbeitenden oder einem ausgeschalteten Modus halten? Du sparst sie dir für einen anderen Ort auf? Nein, ich will es wissen, weil es so aussieht. Viele Menschen sparen es sich für anderswo auf. Nein, du brauchst es hier. Wenn du es hier brauchst, schau dir das bitte an und sieh. Wenn du einsiehst, ich weiss nicht, wirst du sehr bewusst, sehr gewahr, sehr wachsam. Ist es wahr? Wenn du denkst, ich weiss, machst du die dümmsten und idiotischsten Dinge, sehr grobe Dinge, ja oder nein? Wenn du wirklich einsiehst, ich weiss nicht, hast du mit niemandem Kämpfe. Du hast keinen Kampf mit irgendjemandem, stimmt's? Ich weiss, ist immer ein Kampf. In der yogischen Kultur gibt es daher ein Phänomen. Ich nenne das Phänomen, denn heute Abend verstehst du vielleicht nicht, was ich sage, aber wenn du etwas Zeit und Energie investierst, wirst du es verstehen. Wir identifizieren uns mit unserer Unwissenheit, nie mit unserem Wissen. Weil es keine Rolle spielt, wie viel du weißt, wenn du die Bibliotheken auf dem Planeten gelesen hast, ist das, was du weißt, immer noch eine Winzigkeit in dieser Existenz, nicht wahr? Hallo? Aber deine Unwissenheit ist grenzenlos. Ja oder nein? Wenn du dich also mit deiner Unwissenheit identifizierst, wirst du ein grenzenloser, unbegrenzter Mensch sein. Wenn du mit deinem Wissen identifiziert bist, wirst du zu einem verstopften Menschen. Verstopft bedeutet, dass es nach und nach passiert. So spielt sich das Leben im Augenblick ab. Nach und nach passiert es. Es passiert nicht auf eine schöne Weise. Nach und nach müssen wir danach streben, um irgendwo einen Moment der Freude zu finden. Wir müssen so viele Dinge tun, um einen Moment der Ekstase zu erleben. Wenn du einfach nur hier leben willst, durchtränkt von namenlosen Ekstasen, die in jeder Zelle deines Körpers geschehen, in jedem Moment deines Lebens, dann musst du dich mit deiner Unwissenheit identifizieren. Du musst dich mit deiner Unwissenheit abfinden. Wenn du dich mit deiner Unwissenheit abfindest und aufmerksam genug bist. Wenn du unwissend bist, wirst du ganz natürlich aufmerksam, nicht wahr? Wenn du aufmerksam genug bist, wirst du sehen, dass wir trotz all der wissenschaftlichen Kenntnisse, die wir haben, immer noch kein einziges Atom in seiner Gesamtheit kennen. Wir wissen, wie man sie benutzt, wir wissen, wie man sie zertrümmert, wir wissen, wie man sie verschmilzt, wir wissen, wie man sie explodieren lässt, aber wir wissen nicht, was zur Hölle es ist, sogar heute noch. Ja oder nein? Wenn du also aufmerksam genug bist, erkennst du ganz klar, dass du nichts weißt. Nun, er stellte diese Frage, das ist alles, was ich tat. Als ich gerade vier, viereinhalb Jahre alt war, wurde mir plötzlich klar, dass ich nicht eine Sache weiß. Wenn mir also jemand ein Glas Wasser gab, ich schaue nur das Wasser an, weil ich nicht weiß, was Wasser ist. Nun, ich weiß, wie man das Wasser benutzt, aber ich weiß nicht, was es ist. Sogar heute weiß man nicht, was es ist. Wenn ich ein Blatt finde, starre ich es vier, fünf Stunden lang an. Wenn ich in meinem Bett sitze, starre ich einfach die ganze Nacht auf die Dunkelheit. Und mein lieber Vater als Arzt, er begann zu denken, ich habe einen, ich bin ein, ich brauche eine psychiatrische Untersuchung. Also dieser Junge starrt einfach ständig auf etwas. Mein Problem ist, ich sehe mir das an, ich kenne es immer noch nicht, so dass ich nicht in der Lage bin, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Wenn ich das anschaue, schaue ich mir nur das an, weil ich das immer noch nicht verstanden habe. Wenn du also aufmerksam genug bist, das Universum öffnet seine Türen, nur für diejenigen, die aufmerksam genug sind. Welche Tür sich in deinem Leben auch immer für dich geöffnet hat, sie hat sich geöffnet, weil du jener Dimension des Lebens Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ja oder nein? Nur so funktioniert es. Wenn jetzt deine Aufmerksamkeit so ist, dass sie nicht sucht, doch sie ist einfach nur aufmerksam, sie schenkt allem Aufmerksamkeit, sie entscheidet nicht, dass ein Elefant wichtiger ist als eine Ameise, sie schenkt einfach allem Aufmerksamkeit, weil dies die Natur der Schöpfung ist. Wenn du dir eine Ameise ansiehst, hast du einer Ameise jemals genügend Aufmerksamkeit geschenkt? Ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Glaubt mir, sie ist eine der besten Maschinen auf dem Planeten. Ja oder nein? Wenn du ein Auto wie dieses hättest, du weißt schon, du könntest alle kalifornischen Wüsten mühelos schaffen. Es ist so eine feine Maschine. Es ist keine einfache Sache. Wenn du der Ameise genug Aufmerksamkeit schenkst, wirst du erkennen, dass was auch immer diese Ameise erschaffen hat, der Ameise nicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt hat, als er es dir geschenkt hat. Ja oder nein? Wer zum Teufel bist du dann zu entscheiden, wer mehr Aufmerksamkeit und weniger Aufmerksamkeit bekommen sollte? Es geht nur darum, dass du deine Fähigkeit schärfen musst, nicht einer bestimmten Sache Aufmerksamkeit zu schenken, sondern einfach aufmerksam zu sein. Wenn du aufmerksam genug bist, ist es wahr, dass dieser Körper, obwohl du ihm Nahrung von außen gegeben hast, dieser Körper von innen heraus geschaffen wurde? Ja. Was auch immer die Quelle der Schöpfung ist, muss also aus deinem Inneren heraus funktionieren, nicht wahr? Tut sie? Wenn du also nicht weißt, was die Natur der Quelle der Schöpfung ist, kannst du in der englischen Sprache, in Indien haben wir viele Worte, in diesem Teil der Welt kannst du sie Gott nennen. Es ist nur deine Erklärung für die Quelle der Schöpfung, nicht wahr? Weil du keine Erklärung für die Schöpfung hast, sagst du, Gott hat das gemacht. Wir haben tausend Namen dafür, okay? Aber im Grunde versuchen wir, die Quelle der Schöpfung zu erklären. Ist es wahr, nach deiner Erfahrung, dass die Quelle der Schöpfung dieses Lebens aus deinem Inneren heraus funktioniert? Wenn sie aus deinem Inneren heraus funktioniert, wenn sie irgendwo da oben ist und du sie verpasst hast, ist es okay. Wenn sie aus deinem Inneren heraus geschieht und du sie verpasst, ist es nicht eine Tragödie? Hallo? Wenn die Quelle der Schöpfung in dir pocht und du hast sie nicht bemerkt, bist du nicht eine Tragödie? Mein ganzes Leben und meine Arbeit besteht also darin, genau diese Tragödie für Menschen zu vermeiden. Danke. Danke sehr. Danke.